Musik Und damit willkommen zu einem neuen Projekt. Nach einer guten 2-3 monatigen Abstinenz bringe ich endlich mal wieder Content hier auf dem YouTube-Kanal. Es geht weiter mit einer HSV-Karriere. Ich habe richtig Bock auf die Karriere und ich werde das Ganze wieder ein bisschen anders angehen als beispielsweise zuletzt die Bremen-Karriere. Da waren es ja zwei Videos pro Woche, das wird diesmal nicht so sein, denn ich werde das Ganze auf Twitch streamen und dann aus diesen Streams eben ein paar Highlight-Videos zusammenschneiden, die dann wahrscheinlich auch mal eine halbe, dreiviertel Stunde lang sind, so wie ich mich kenne, wo man dann eben das große Ganze so ein bisschen zusammengefasst hat und dann niemand irgendwas Wichtiges verpasst. Beginnen wird das Ganze auch gleich heute Nachmittag, 14 Uhr am 1. Mai zum Feiertag. Gehen wir da direkt mal auf Nachmittag entspannte 2, 3, 4 Stündchen rein und gucken mal, was denn da eigentlich im Kader abgeht. Ich hoffe, auf Twitch sind wir dann zahlreich vertreten und ihr habt genauso Bock auf dieses Projekt wie ich. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns einfach im Stream wieder. Haut rein, macht's gut und ciao, ciao.